Angefangen waren 5 Euro in der Hand, ging es in die kleine Bücherstube Stolterfurt an der Hallerstraße. Ich habe mich für dieses Secondhand-Buch entschieden. Die kosten alle 1 Euro und ich liebe diesen Beutel. Übrigens kleiner Anstoß zum Sparen. Das teuerste Haus in Hamburg lag 2021 bei über 27 Millionen Euro. Für etwas Entspannung im Hanging-Out-Café gab es so leckeren hausgemachten Eistee. Außerdem hatte ich noch einen Moment Zeit für meinen nordischen Klassiker Buddenbrooks. Perfekt.